Traditionell wird in Bad Ems immer am letzten Augustwochenende der weit über die Grenzen bekannte Plumenkorso gefeiert. In diesem Jahr mit gut 55 Zugnummern stark ist dieser der größte Plumenkorso Deutschlands und sogar der drittgrößte weltweit. Die Zahl 55 spielte in diesem Jahr eine große Rolle, konnte der verantwortliche Bartholomäus-Marktverein doch das 55. Jubiläum des Heimat- und Volksfestes feiern. 30 prunkvolle Motivwagen waren mit 15 Millionen Dahlienblüten geschmückt, darunter zahlreiche Majestäten aus ganz Deutschland sowie die ehemaligen Marktköniginnen. Der Korso zeichnet sich vor allem durch seine immer wieder kreativen und fantasiereichen Umsetzungen aus. An Vielfältigkeit und Schönheit kaum zu übertreffen, die Plumenkarawane zieht Jahr für Jahr zigtausend Besucher an den bekannten Kurort an der Lahn.